Wir sind angekommen in Eltschalten. Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter. Der Speiseraum ist ein besserer Schuppen, aber immerhin schützt er vor den patagonischen Winden. Erstmal wollen wir drei Nächte hier bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 40 Hours Nach dem Abendbrot inspiziere ich nochmal den örtlichen Supermarkt. In Argentinien ist es im Allgemeinen sowieso schon teurer als in Chile, aber hier in El Chalden sind die Preise wirklich gepfeffert. Noch ein Blick in eine naheliegende Gastwirtschaft, aber einkehren werden wir heute hier nicht mehr. Also ab in die Falle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017